Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, ihr seid beim Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderbaren Duisburg. Wir haben kein Regen heute. Ich muss immer so über die Schulter schauen, weil das ja für viele Ruhr-Podcast-Hörer mittlerweile entscheidend ist, welches Wetter wir haben bei der Aufnahme. Und heute haben wir es trocken. Wir sitzen ja auch im Trocknen. Es ist warm bei uns in Duisburg. Und die Welt liegt da nieder und laboriert an diesem komischen Bier-Virus, der sich hier so umtreibt. Genau, und die kaufen alle auch wie verrückt Hamster. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das auch nicht. Der Witz war, am Samstag war ich übrigens einkaufen bei Edeka, habe mir drei Tüten Nudeln in meinen Einkaufswagen gesteckt und bin angepöbelt worden von einem Typ, etwa 30 Jahre irgendwie. Was das denn soll? Ob ich nicht noch mehr kaufen will? Ich wollte, aber es war nichts da. Also für drei Tüten Nudeln wird man heute schon beim Edeka angemacht. Ich finde das nicht gut, aber das ist gar nicht unser Thema. Wir haben heute ein ganz anderes Thema. Annika, erzähl doch mal was zu dem Thema, was wir vielleicht heute haben. Ich finde es erstmal großartig, wie du dieses Thema jetzt eingeleitet hast. Ja, mit Corona? Ich versuche jetzt auch eine Brücke zu schlagen. Ja, Brücke schlagen. Die Brücke ist doch ein Bauwerk, oder? Ja, Edeka ist ja auch meistens in einem Bauwerk. Ist das so? Ja, und es geht heute tatsächlich um Immobilien. In gewisser Weise geht es um Immobilien. Richtig, und dazu haben wir einen Gast eingeladen, und zwar ist das die Miriam Beul. Und ja, hallo Miriam. Ja, hi zusammen. Freue mich, dass ich hier bin. Ich überlege auch gerade, die Brücke von Immobilien. Zu Tieren wird mir einfallen. Es gibt viele fiese Tiere. Ja, mit Immobilien, Heuschrecken, Haie, Läuse, Terminen, auf jeden Fall Zecken, aber nicht Nudeln. Häuser besetzen, oder? Nein, das sind Tiere, die Häuser besetzen? Nein, Zecken. Ach so. Heuschrecken, also das sind immer die Immobilieninvestoren oder die Makler mit gemeint. Die kriegen ganz fiese Tiere immer. Die sind böse. Ja, die sind böse. Ja, aber vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, was du genau machst, warum du denn hier bist. Darf ich vielleicht vorab da was zu sagen? Ach so, ja. Natürlich. Weil, was viele ja nicht wissen, Miriam und ich, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren, auch wenn wir uns davon etwa 29 Jahre nicht gesehen haben. Stimmt. Wir haben nämlich zusammen studiert und trafen uns dereinst in einem Seminar bei Trakel oder Übertrakel. Übertrakel, ja genau. Bei Trakel war ja schon tot zu der Zeit. Ja, Trakel war leider tot, aber hat tolle Gedichte geschrieben. Ohne Frage, auch immer noch einer meiner Lieblingslyriker, aber wir haben dann ja etwas unterschiedliche Wege gewählt. Du bist sogar im Ausland gewesen, meine Herren. Ja, ich bin ja von Duisburg weggegangen, als die Mauer fiel. Ich war ja sozusagen ein Westflüchtling, bin ja in den Osten gegangen. Und die Mauer um Duisburg herum hat ja lange Bestand gehabt. Also da musste ich lange hochklettern. Nein, also 1990 bin ich zu einer Freundin nach Ost-Berlin gezogen, die über eine Scheinheirat nach der Grenzöffnung, sie war über eine Scheinheirat 86 ausgereist, dann wieder eingereist, nachdem die Mauer weg war. Wir verraten jetzt nicht Ihren Namen. Nein, den verraten wir nicht. Aber ich glaube, sowas verjährt auch. Nein, das ist sowas verjährt. Und dann bin ich, ja, im Prenzlauer Berg gelandet und war da auch zehn Jahre, war schön. Also Prenzlauer Berg haben wir damals viel live gespielt, weil das war so richtig schön kaputt. Das war wirklich anders kaputt. Und da gab es richtig geile Punk-Schuppen, in denen wir gespielt haben. Knark Club. Knark habe ich mehrfach gespielt. Prenzlauer Berg, ja, dieses Pfefferberg oder so hieß das Ding, war auch ein ziemlich cooler Laden. Aber mittlerweile kann man da ja kaum noch hingehen, weil das so wirklich so ein Hipster-Viertel geworden ist, glaube ich. Ja, also alle, die ich kenne, wohnen auch nicht mehr. Okay. Mehrere Gentrifizierungswellen sind über diese Viertel hinweggegangen. Ja, da bin ich hingegangen. Und dann warst du, glaube ich, noch irgendwann in Paris. Dann war ich ja, genau. Und da bist du heimgekehrt in den Hafen nach Duisburg. Ja. Und von hier aus managst du jetzt deinen Imperium-Textschwestern. Nee, es ist kein Imperium, nein. Also erstmal muss man ja sagen, ich bin ja nicht, ja, das Thema sind Immobilien, aber ich bin ja in erster Linie Journalistin. Ich habe mich ja irgendwann entschieden, dass ich schreiben möchte. Und ich bin ein Großstadt-Fan und ich bin ein Fan von Städten in Umbruchssituationen. Und das habe ich ja nun mit Ost-Berlin einfach nah an meinem eigenen Leben gemerkt. Die Wohnung, in der ich damals lebte, hatte eine Außentoilette und einen Kohleofen und vierten Stock. Und das war ein ganz anderes Leben. Gut, das kennt man hier aber auch noch. Ja, zum Teil kennt man das hier auch noch. Dann bin ich nach Paris gegangen und kam nach einem Jahr zurück. Da hatte sich Berlin sehr stark verändert. Und dann, ja, durch einen Zufall bin ich an einen Künstler geraten, der hat Titelseiten von einem Fachmagazin gestaltet, das sich mit Immobilien beschäftigt. Okay. Und hat dann gesagt, naja, eh du ohne Geld immer Filmkritiken schreibst, die kein Mensch druckt, dann schreib doch immer Immobilien. Und ich sage, ich habe gar keine Ahnung, ja, das macht nichts, ich stelle da jemanden vor. Und so kam das irgendwie. Und ja, da wurde natürlich auch in Osteuropa viel gebaut. Postkommunismus ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Und wir sind als Journalisten, die über diese Märkte geschrieben haben, sehr viel rumgekommen. Das war schon ganz cool. Also ich bin, natürlich fragen mich Leute auf der Party, was machst du mit Immobilien? Also ich bin Journalistin, aber ich habe mich auf dieses Thema spezialisiert. Und als solches hast du ja auch in Duisburg zumindest ein eigenes Format aufgebaut, Let's Immo Talk. Wie ist es dazu gekommen oder was ist die grundsätzliche Idee dahinter? Ja, Let's Immo Talk ist ein Baby von einem Immobilienunternehmer, der bis vor kurzem hier auch noch ansässig war. Das Unternehmen gibt es hier immer noch, das ist die Aurelis. Und der damalige Geschäftsführer hat gesagt, es ist furchtbar, dass eigentlich Duisburg sehr, sehr viel spannende Flächen hat, sehr viel spannende Projekte und ganz tolle Akteure und aber auch noch ein bisschen Know-how von außen gebrauchen könnte. Es gibt einfach ganz viel schlaue Leute in dieser Immobilienwelt, die unterschätzen Duisburg chronisch und die möchte ich gerne hier hinholen. Und dann haben wir zusammen überlegt, wie könnte man das machen und haben dieses Talk-Format entwickelt. Das heißt, Let's Immo Talk ist gesponsert worden von ihm und ich habe das moderiert und habe auch die Themen und die Speaker gesucht. Ganz toll im Museum DKM hier in Duisburg, fantastische Gastgeber. Es waren ganz großartige Abende mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Wie viele Formate hat es bisher gegeben oder wie viele Folgen? Es gab jetzt drei. Es gab einmal eines zur Frage, warum internationale Investoren nach Duisburg kommen. Da hatte ich Hemse mitgebracht, eine Pensionskasse aus Schweden, milliardenschwer. Die legen erspartes Geld von allen möglichen Menschen, also gerade auch von Lehrern und Leuten im öffentlichen Bereich, weltweiten Immobilien an. Und denen gehört hier in Duisburg das Lanuf und sechs Pflegeheime von Helmich. Und der Deutschlandchef hat einfach gesagt, warum für einen internationalen Investor Duisburg total spannend ist, dass man da auf ganz andere Dinge guckt als auf Image oder solche Dinge. Dann hatten wir eine sehr, sehr tolle Runde zum Thema Gastronomie. Okay. Da hat Duisburg jetzt aber nicht so viel zu bieten, oder? Das war eben die Frage, warum das so ist und was man machen kann, damit das belebter wird. Da hatten wir einen ganz tollen Architekten von Astok aus Köln. Der hat einen wunderbaren Vortrag darüber gehalten, wie sehr eigentlich Gastronomie und Identität einer Stadt miteinander verknüpft sind. Und eigentlich war die Idee in der Nachfolge zu dieser Veranstaltung, ob man nicht mal mit einem Architekten, der so auf die Städte guckt wie er, durch Duisburg geht und überlegt, wo könnte neue Gastronomie sich ansiedeln? Wie könnten die Konzepte aussehen? Wie könnten ja die Zielgruppen auch aussehen? Weil wir auch, also wir haben zusammen diskutiert mit Kai Wergener von der Küppersmühle und mit den beiden Jungs, deren Namen mir jetzt entfallen sind, die diese wunderschöne kalt-weiß-trocken-Gastronomie in dem Hinterhof hatten. Ah ja, in Neudorf. In Neudorf, genau. Und die dann zumachen mussten, weil ein Nachbar geklagt hat. Das war ein einziges Drama. Das ist ja häufig in Duisburg so, dass irgendein Nachbar klagt. Das war eben ein, deswegen hatte diese Veranstaltung auch einen sehr starken Appell in Richtung Stadt, dass man diese zarten kleinen Pflänzchen nicht sofort kaputt macht, nur weil man sofort einknickt, wenn einer sich beschwert. Ja, aber wird daraus eine Folgerung abgeleitet, beziehungsweise passiert daraus etwas? Also ist dieser Architekt zum Beispiel dann irgendwann mal durch Duisburg gelaufen mit irgendwelchen anderen Fachleuten und hat sich überlegt, wo neue Gastro-Konzepte Sinn machen würden? Also mir würde spontan einfallen, wo viele neue Gastro-Konzepte Sinn machen würden. Oder hat man den Leuten, die dieses, wie ist nochmal, kalt-weiß-trocken oder so, hat man denen was anderes angeboten, eine Alternative angeboten? Also kann sich aus so einer Diskussionsrunde heraus eine echte Hilfe für die Region oder für die Stadt entwickeln? Entwickeln sich Projekte möglicherweise? Ich glaube, das kalt-weiß-trocken-Format ist zwischendurch woanders untergekommen. Die Akteure haben sich, mir fällt jetzt nicht mehr genau ein, wo sie weitergemacht haben. Ich glaube, im Fino. Die haben im Fino, genau, die haben im Fino was gemacht. Ich glaube, dass ihnen aber noch eine richtig neue Fläche fehlt. Und eigentlich ist das eigentlich, weil du danach gefragt hast, Frank, das ist eigentlich das Tragische, dass es da keine weiteren Aktionen gab, weil der Immobilienunternehmer, dem das auch wichtig war, weil der gesagt hat, ich kriege ja auch Geschäftsbesuch und ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Genau. Der ist in anderer Funktion jetzt unterwegs und mit dem Nachfolger habe ich noch nicht gesprochen. Das wäre toll, wenn eigentlich, ja, wichtige Akteure, ja, sich zusammenfinden würden und der Stadt da helfen würden. Wenn man mal von der Wirtschaftsseite guckt, muss man sagen, dass es natürlich auch Systemgastronomie gibt, die auch kommen könnte, die helfen würde, aber die halten Duisburg für nicht wirtschaftlich stark genug. Die sagen, die Leute geben nicht genug Geld aus oder sie kennen vielleicht auch die Zielgruppe nicht. Vielleicht haben sie auch nur Vorbehalte, ich weiß es nicht. Vielleicht geben die Leute hier aber auch nicht genug Geld aus, weil es gar nicht angesagt ist, hier auszugehen. Also ich kenne viele Leute, die ihren Radius vielleicht ein bisschen weiter fassen als jetzt so der übliche Duisburger. Die gehen halt nicht in Duisburg aus. Ja, aber so der Innenhafen oder so. Also ich persönlich muss, ich bin ja Duisburgerin, ich muss sagen, ich wollte letztens in den Innenhafen gehen, in eine Systemgastronomie, ich wollte einen Tisch reservieren für Freitagsabends. Da sagten die mir, wir reservieren keine Tische. Und ganz ehrlich, ich bin woanders hingegangen. Also ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie es da ist. Ich wollte mal hingehen, aber daran ist es dann am Ende gescheitert. Bei den Innenhafen empfinde ich eigentlich immer noch als schön so zu ausgehen. Der ist auch schön. Und ich muss jetzt natürlich eine Lanze brechen für die Küppersmühle, für den Kai, den ich als Menschen ganz, ganz toll finde. Das Konzept finde ich super, was der einem bietet. Und man muss auch schon Wochen im Voraus einen Tisch reservieren, sonst kriegt man keinen Platz. Und dass er so eine Nachfrage hat, zeigt eigentlich, dass diese Form der Gastronomie in Duisburg ankommt. Man sagt ja immer, die Duisburger hätten entweder zu wenig Geld oder sie würden einfach preis-leistungkritischer einschätzen als Menschen aus anderen Städten. Und der Kai ist das lebende Beispiel dafür, dass das richtige Angebot einfach gemacht werden muss. Und dass das eigentlich falsch ist zu sagen, dass der Duisburger nur billig essen gehen will, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube grundsätzlich, dass es in jeder Region immer auf das richtige Angebot ankommt. Weil der Mensch an sich geht doch gerne raus. Also es gibt natürlich einige Leute, die sich am liebsten zu Hause einschließen. Aber ich sag mal, streng genommen sind wir doch Gemeinschaftswesen oder Gesellschaftswesen und wollen doch auch raus und wollen ja auch ein bisschen was erleben. Die Frage ist halt immer nur, wo gibt es solche Angebote und wo kann man hingehen? Also wenn du dich erinnerst, als wir hier noch Studierende waren, hatten wir vor vielen, vielen Jahren, ja. Da war schon ein bisschen, also gefühlt mehr los. Ich frage mich, wo die Studierenden hingehen heute hier. Ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht so. Ich glaube, der Finkenkrug ist immer noch ganz aktuell. Ja, das ist aber auch das Einzige, was irgendwie dann immer zitiert wird, wenn man offizielle Stellen hört. Ja, du kannst immer noch in Steinbruch gehen, aber letztlich, du hast hier keine wirkliche Szene. Also in der Innenstadt nicht. Ich finde, in der Innenstadt fehlt das. Nein, du hast auch in den Nebenbezirken kaum solche Angebote. Ja, du hast so kleine, so kleine Pflänzchen, du hast da wie in der Moltke-Straße, da ist winzig schön, du hast so ganz kleine, so kleine Oasen überall. Aber die muss man dann auch kennen und das muss man dann auch wissen, dass die da sind natürlich. Aber ich frage mich halt, was die Jungen machen, wo gehen die hin? Gehen die überhaupt noch raus? Ja, keine Ahnung. Oder sitzen die zu Hause und drücken auf ihrem Handy rum? Ich weiß nicht, warum mich alle jetzt hier so angucken, ich bin auch schon 31. Ach so, 30, ist ja nichts. Na bitte, ist ja gar nichts, mein Gott. Ist ja gar nichts. 31. Ja, also das war die Frage an dem Abend, ob Immobilienentwickler, ob die da einen Beitrag zu leisten können oder wenn Leute kommen, die bestehende Flächen umwandeln, ob man da nicht innovative Gastro-Angebote auch nach Duisburg holen kann. Da gab es aber, ich muss sagen, als Quintessenz ein sehr großes Fragezeichen an dem Abend. Alle haben es bedauert, dass es nicht genug gibt, aber so die super heiße Strategie, außer von dem Architekten, der gesagt hat, liebe Leute, der hatte eine schöne Idee, das muss ich noch sagen. Wir können, ihr müsst euch eure Erdgeschossflächen anders ansehen und schaut euch doch mal Plätze an. Und dann kamen wir auf diesen Marktplatz in Neudorf am Ludgeri-Platz und hat gesagt, warum muss das ein Parkplatz sein? Warum kann man nicht diesen Asphalt aufbrechen, da einen Spielplatz und Grünflächen hinmachen und dann über alle Erdgeschossflächen, die rundherum sind, einfach neu nachdenken? Und das fand ich eine tolle Idee. Das war so ein Beweis, der hatte sich tatsächlich mit den Lokalitäten hier schon mal ein bisschen befasst und hat das als Beispiel genannt und gesagt, nimmt das Parken aus der Stadt weg. Das sagen übrigens viele Städte, da kann man schön in Kopenhagen sich Dinge angucken. Die machen diesen Parking-Day auch, ne? Ja, es gibt einfach wunderbare Ideen, wie sich Städte verändern, wenn du überirdisches Parken wegnimmst und den Menschen diese Plätze zurückgibst. Und da kann auch Gastronomie, Gastronomie und Platz, das ist ganz eng miteinander verknüpft, da muss man nur nach Italien fahren. Ja, klar. Und das funktioniert. Der Dellplatz mit der Gastronomie funktioniert auch. Warum schafft man nicht neue Plätze und dann eine neue Aufenthaltsqualität? Also das war seine Idee, dann kommen Gastronomen. So wie es jetzt aussieht, da kommt keiner. Ich glaube, den Duisburgern ihr Auto wegnehmen ist ganz, ganz schwierig. Nee, ja, das ist, glaube ich, generell. Also letztlich geht das, glaube ich, immer. Also man muss halt nur eine Alternative anbieten. Also man kann den Duisburgern das Auto wegnehmen, dann muss aber der ÖPNV wirklich gut funktionieren. Und das tut er halt in vielen Bereichen nicht, muss man ja auch sehen. Und es muss attraktiv sein. Also warum gibt es hier nicht solche Angebote, dass man für 2,50 oder so 24 Stunden durch Duisburg oder sonst wie fahren kann? In Berlin geht es ja zum Beispiel auch. Das ist Wahnsinn, wie weit Du damit zu kleinem Geld kommst. Aber so ein Stundenticket gibt es auch mittlerweile. Luxemburg zahlt man jetzt gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Das habe ich auch gehört. Super. Hier, Monheim, da zahlst Du auch nichts für den ÖPNV. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Und die Frage ist, inwieweit es sowas hier, inwieweit sowas verfolgt wird tatsächlich. Und dann auch nicht nur darüber nachgedacht wird, sondern auch in die Realität übertragen wird. Da sehe ich hier häufig, ja, das größte Manko. Es gibt viele Menschen, die sich Gedanken machen. Es gibt Leute, die Ideen haben. Man spricht darüber in irgendwelchen Talkrunden bei der GfW oder in Neudorf im Mikroelektronikzentrum oder so, wenn da irgendwelche Veranstaltungen sind, bei der IHK etc. pp. Aber dann passiert nichts mehr. Ja, du brauchst natürlich zwei Dinge. Also auf der einen Seite brauchst Du schon einen guten Businessplan, dass Du wirklich weißt, was kannst Du, guck Dir den Brandl an hier auch, ne? Was kannst Du, welche Konzepte laufen in welcher Lage? Dann brauchst Du einen Unternehmergeist. Es gibt ja auch eine riesige Kritik, dass die ganze Metropole Ruhr einfach zu wenig Gründerspirit hat. Das ist ein grundsätzliches Thema, das mit der Geschichte der Region vielleicht zusammenhängt, dass es zu wenig Mutige gibt, die sagen, sie versuchen was. Und dann natürlich, ja, dann muss natürlich auch das ganze Genehmigungstheater. Alle haben Angst, weil Nachbarn klagen wegen Außengastronomie. Und wir haben den Klimawandel, wir haben eigentlich den Wunsch der Menschen, dass sie länger draußen sein wollen im Sommer abends. Und wir haben aber einfach Nachbarn. Und wir haben dieses NIMBY-Problem auch bei klassischen Projektentwicklungen, also bei überall da, wo Innenstädte verdichtet werden sollen für mehr Wohnraum. Und Du hast diese Not in my Backyards, die Nachbarn, die schon da sind und die Entwicklungen verhindern, ein mega Riesenthema, das vielen Städten einfach zu schaffen macht. Bei uns sind das die kleinen Gastro-Pflänzchen, die nicht ans Blühen kommen wegen dieser Mentalität. Und in den großen Städten sind das ganze Stadtquartiere, die nicht entwickelt werden können, weil Nachbarn das nicht wollen. Okay. Aber dann zieht man doch nicht in die Stadt, oder? Also man weiß, dass man… Das sind ja die, die schon da sind und die wollen keine Veränderung. Und es ist nicht immer so, wie man so hier hört, in Berlin sind das dann so Linke, die denken, die sich wehren gegen Luxuswohnungen. Es gibt genau den Fall auch umgekehrt, gerade aus wohlhabenden Städten. Es gibt sehr schöne Beispiele in einer Literatursammlung, kann man nachlesen, wissenschaftlich untersucht, warum auch, sage ich mal, Wohlstandsviertel manchmal… Also da sind die Lehrer dann die Steinewerfer, die nicht wollen, dass was Neues hinkommt, die wollen dann in ihrem Viertel keine Sozialwohnung haben. Ja, gut. Also diesen umgekehrten Reflex gibt es auch, obwohl alle sagen, ja, wir wollen eine gemischte Gesellschaft sein. Aber nicht bei uns. Aber, ja. Ist ja eine andere Form von Cocooning, oder? Man regelt sich ein in der Pelle, die einem passt. Ja, genau. Und man hat Angst vor irgendeiner Form des Fremden. Und das ist aber doch typisch für uns Deutsche, oder? Also das sehe ich momentan ja überall. Ja. Also Angst ist doch allgegenwärtig. Und ich kenne ja noch diesen alten Spruch, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn man jetzt mit dieser Angstbrille mal auf bestimmte Themen schaut, muss man sich ja wirklich fragen, wie soll das überhaupt geändert werden? Ja, in Bezug auf Städtebau glaube ich, dass vielleicht die Standorte, die sich selber zu schlecht einschätzen, die größten Ängste haben. Also ich habe einen ganz spannenden, ganz spannenden Dialog mal mit begleitet. Da ging es um die Frage, wie können denn Frankfurt und Offenbach näher zusammenrücken? Und Frankfurt und Offenbach ist ein bisschen wie bei uns die Rhein- und die Ruhrschiene. Du hast die reichen Frankfurter, die aber keine Ideen haben, nicht kreativ sind und keine Flächen haben. Und du hast Offenbach, viel Migration, starke Kreativszene, super Grafik-Uni, viele, viele Flächen und Gestaltungsräume. Und da hat das Urban Land Institute, das ist eine weltweite Non-Profit-Organisation, die Veränderungsprozesse in Städten mit begleitet, mal so ein Labor, so ein wissenschaftliches Lab gemacht. Und hat mit Stadtentwicklern, mit Wissenschaftlern und mit Akteuren aus beiden Städten überlegt, wie können denn Frankfurt und Offenbach näher zusammenrücken? Weil die einen haben die jungen Menschen und die Kreativität und die anderen haben die Kohle und den Platz nicht. Und da kann man sich eigentlich für unsere Region ganz viel abgucken. Also das fände ich eigentlich toll, weil du hast mich ja gefragt, wie kann man da voran denken? Ich glaube, das müsste man auf einer größeren Ebene machen und einfach sehen, die Metropole Ruhr ist viel grüner als alle denken, die ist viel jünger als viele wissen, die ist viel kreativer. Und die Rheinschiene hat überhaupt keine Flächen mehr, ist sehr saturiert und eigentlich können die beide genauso wenig ohne einander wie Frankfurt und Offenbach. Und es gibt zwischen Frankfurt und Offenbach die gleichen Vorbehalte. Keiner will das auf dem Nummernschild stehen haben, keiner will die gleiche Vorwahl haben wie Offenbach. Das ist so ein totales No-Go und das ist so ein bisschen wie Duisburg und Düsseldorf und ich würde alle noch mitnehmen. Ich würde tatsächlich die Rheinschiene mitnehmen und die ganze Region Ruhr. Und da fände ich so ein Lab mit dem ULI, das wäre für mich optimal, einen völlig neuen Dialog zu starten. Ich habe natürlich auch noch mal in das Buch von Herrn Laurin reingeguckt, der hat mit ganz vielen Sachen wirklich recht. Aber wenn man ein internationales Team, die gar keine politischen Aktien drin haben, die von völlig neutraler Seite wissen, wie sich Ballungsräume entwickeln oder sich entwickelt haben und dann mit Beispielen kommen. Und die hatten für Frankfurt und Offenbach sehr konkrete Pläne, wie man den ÖPNV harmonisiert, wie die Hochschulen besser zusammenarbeiten. Weil die sagen, ihr seid Einballungsraum und ihr habt diesen riesen Einflugsraum, ihr habt den Flughafen, ihr seid international, ihr könnt ohne einander euch gar nicht entwickeln. Sowas fände ich spannend. Ja, können wir die nicht einfach mal einladen? Ja, ich schicke euch jemanden her. Ja, es gibt auch im ULI, gibt es auch eine Region Rhein-Ruhr, vielleicht muss man mit denen mal diesen Dialog starten und sagen, dass das toll wäre, sowas hier auch zu machen. Aber das heißt ja letztlich, du sprichst dafür, dass man mal hier so den eigenen Pudding verlässt, sich mal umschaut, wo funktioniert in der Welt denn was ordentlich und das dann auch überträgt. Finde ich toll, finde ich auch gut. Dann läuft alles weiter wie bisher, sondern das war ein richtiger Maßnahmenkatalog. Fand ich toll. Okay. Wären solche Sachen denn oder solche Projekte, solche Entwicklungen jetzt laut deiner Erfahrung übertragbar aufs Ruhrgebiet? Würde ich mir total wünschen. Ich würde mir das auch wünschen, aber die Erfahrung zeigt ja, dass viele Projekte hier gar nicht zünden oder nicht funktionieren oder schon im Vorfeld abgewürgt wird. Ja, weil ich glaube, es ist ein Riesenfehler zu meinen, dass man das aus eigener Kraft schafft. Man schafft es aus meiner Sicht ohne Hilfe von außen nicht, weil ich habe ja jetzt die Perspektive, ich komme ja von hier, ich bin weggegangen, ich bin zurückgekommen. Ich habe die Innensicht und die Außensicht. Und wenn ich dann sehe, wie Menschen agieren, die halt immer hier waren und dieses, sage ich mal, autistische, auf sich und aufeinander bezogen sein, das hat wirklich erschreckende Ausmaße manchmal. Und es ist wenig durchlässig für neue Ideen. Und die Gefahr ist, dass alles, was Neues abgestoßen wird und abgestoßen heißt, Braindrain, die Leute gehen weg. Ja. Und das oft nicht ohne Grund und das ist einfach so fatal. Und wenn man sagt, man verargumentiert die Notwendigkeit des Wachstums oder der besseren Entwicklung auf einer übergeordneten Ebene, ohne dass die Bürgermeister sich die Köpfe einschlagen oder man der eine siedelten Unternehmen an und verkauft das dann als Standorterfolg, das ist so wenig zielführend, sodass neutrale Fachleute, die wären so schön uneingreifbar. Das fände ich eben toll. Weil hier wird es immer im tagespolitischen Klein-Klein wieder klein gemacht. Man will es am Ende doch nicht. Man will eben doch nur für seine Stadt das Beste und der Nachbar interessiert einen nicht. Halte ich für eine Riesensackgasse. Wie würde sich denn sowas überhaupt finanzieren? Also eine Hilfe von außen? Eine Hilfe von außen, das muss man bei dem ULI, weiß ich gar nicht, die Finanzierungsstruktur dahinter. Ich würde, ich könnte gerne helfen, Dialog da herzustellen. Ich kenne ja den Sören Link auch. Ich weiß nicht, wie er dazu steht. Mit Herrn Sirauer bin ich auch hin und wieder in Kontakt. Weiß man nicht, ob die Städte das wollen. Das sage ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung, weil ich habe das hier und da gesehen und fand das ganz, ganz spannend und sehe genau wie ihr, dass sich hier zu wenig tut. Und dass die aus eigener Kraft, also ich weiß, es gibt ja diesen Masterplan in Duisburg, der ja groß erklärt wurde. Ich weiß nicht, was da passiert ist seitdem. Ich weiß, dass es bei Kommunen, die nicht viel Geld haben, schwierig ist, eine Riesenwerbeagentur zu beauftragen. Das geht ja auch einfach um Budgets, die da sein müssten. ULI ist ja eine Non-Profit-Organisation. Da muss man vielleicht einfach mal über andere Wege nachdenken. Ja, aber ich sage mal, wir reden ja über Stadtentwicklung und Stadtentwicklung ist natürlich auch ein Thema, da gibt es ja gigantische EU-Mittel für. Das auch. Und natürlich dann auch die Leute haben, die wissen, wie man solche Anträge ausfüllt und zu welchen Terminen man so etwas vorlegt und welche Unterlagen man dafür beibringt. Ich vermisse das manchmal, also dass sowas auch im Vorfeld öffentlich gemacht wird, dass das transparent gemacht wird, dass gesagt wird, passt mal auf, liebe Leute, da gibt es den Topf XY. XY, darum bewerben wir uns jetzt und wir schlagen vor, mit dem und dem Projekt da eine Kofinanzierung von XY-Millionen zu beantragen. Wer dazu beitragen möchte, wer uns unterstützen kann, ist herzlich willkommen. Aber so eine offene Diskussion gibt es ja nicht, die wird nicht geführt. Häufig wird ja im Bereich der Stadtentwicklung so im Privat, oder privat kann man ja nicht sagen, aber so im Verborgenen irgendwie gearbeitet. Der Dezernent für Stadtentwicklung ist, ich sage mal, einem Großteil der Bürger dieser Stadt nicht bekannt, namentlich nicht bekannt. Das sind doch, denke ich, auch Versäumnisse auf einer ganz anderen Ebene. Das wird so als Betrieb mitgeführt, aber da passiert zu wenig, oder sehe ich das falsch? Also in diesen Bereichen gibt es eine sehr starke Verwaltungsmentalität und keine Management-Mentalität, das ist das eine. Das ist ein Mindset. Das ist mit den handelnden Personen, sind das eher Verwaltungstäter oder sind das wirklich auch Leute, die was erreichen wollen? Ich kann von der anderen Seite sagen, weil ich diese, ich kenne viele Dienstleister, die steckte, dabei unterstützen, solche Anträge auszufüllen. Und die kennen die Zahlen und die Zahlen sagen genau das, was du gesagt hast. Es gibt Budgets, die nicht abgerufen werden und zwar in unglaublichem Umfang und die Städte lassen sich nicht helfen. Es gibt Dienstleister, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gibt spezielle Firmen, die nichts weiter machen, als Städte, als Stadtentwickler zu beraten und zu sagen, ihr habt entweder das Know-how nicht oder die Kapazität nicht, wir helfen euch bei der Beschaffung dieser Mittel. Und Städte, die das nicht machen, also das ist wirklich bedauerlich und das ist auch ein Verbrechen der eigenen Stadt gegenüber, sich nicht helfen zu lassen. Und gerade Duisburg, wenn ich überlege, gut, die anderen Städte haben auch so ihre Sorgen. Also wenn man mal überlegt, wie viele Skandale allein auf Immobilienprojekte zurückgegangen sind hier in der letzten Zeit. Und wie viel Stadtentwicklung in eine schiefe Bahn gekommen ist, in ein schlechtes Licht bei den Bürgern, das Gefühl hervorruft, das wird hier alles eh nichts. Es gibt ja gerade wieder neue Beispiele, die das leider ja bestätigen, dass das so ist. Und da muss ich sagen, es ist natürlich auch tragisch, dass die besser ausgebildeten Leute, auch die Anwälte, die Verträge machen, natürlich auf der privaten Seite sitzen. Und nicht bei den Städten und in den Stadtverwaltungen. Das ist natürlich fies. Ja gut, aber so ist das Leben. Ja, so ist das Leben, aber dieses sich nicht helfen lassen oder den Rat eher bei den eigenen suchen, statt sich zu öffnen und den Rat auch aus der Branche zu suchen und sich auch Anwälte zu nehmen, die aus diesem Bereich kommen. Da gibt es ja eben auch Spezies. Und da muss ich sagen, da unterschätzen viele Städte auch die Menschen, mit denen sie es zu tun bekommen, weil die Akademisierung im Immobilienbereich hat sich fortgesetzt in den letzten 20 Jahren. Das ist nicht mehr der kleine Autoverkäufer, der jetzt zufällig in Immobilien auch macht. Diese Hazardeure gibt es natürlich auch noch und viele Städte fallen auch auf solche Leute rein. Aber es gibt top, das sind top ausgebildete Manager, die kommen von internationalen Universitäten, die haben Immobilien von A bis Z gelernt. Und die stehen dann diesen Bürgermeistern und Stadtentwicklern gegenüber. Da ist ein Know-how-Gefälle, das ist wirklich manchmal nicht feierlich. Aber jetzt sollte man doch meinen, wenn man Dezernent für Stadtentwicklung einer Stadt ist. Dann hast du das ja drauf eigentlich. Ja, sollte man zumindest meinen. Also die haben ja irgendwie auch ein abgeschlossenes Studium und in der Regel bringen die auch ein paar Jahre Berufserfahrung mit. Die Realität sieht dann aber ja auch häufig anders aus. Also dass da dann, ich sag mal, Bestandsverwaltung betrieben wird, dass dort, ja wenn mal was Neues angegangen wird, dann ist es meinetwegen irgendein Einkaufszentrum oder so. Aber ja keine wirkliche Idee oder Vision für eine Stadtentwicklung. Das ist so mein Eindruck, ohne das jetzt nur auf Duisburg beziehen zu wollen. Das sieht man ja im ganzen Ruhrgebiet. Also dass häufig die Stelle des Baudezernenten, Stadtplanungsdezernenten, wie auch immer, nicht so richtig mit Leben gefüllt wird. Also jetzt kenne ich natürlich die beiden Gegenspieler aus Köln und Düsseldorf aus verschiedenen Veranstaltungen und Begegnungen in meinem Arbeitsleben. Also Herrn Greitemann aus Köln und die Frau Zuschke in Düsseldorf. Und die stehen in diesen Städten natürlich unter dem Druck, dass sie diesen Investmentwillen in die richtigen Bahnen lenken zugunsten ihrer Städte. Dass sie dafür sorgen, dass sie mit der Umweltspur, Frau Zuschke hat da auch ordentlich natürlich Stress, dass wir diese Umwelt, aber da passiert ganz, ganz viel. Hier habe ich das häufig so erlebt, dass die Städte sich zum Handlanger von den Investoren machen, weil sie zu früh, ohne ihre eigenen Leute und ohne die Bürger zu fragen, sich für Projekte aus dem Fenster gelehnt haben. Ja, hat man ja vor zwei Jahren gesehen. Hat man ja vor zwei Jahren gesehen. Und dafür gibt es aber auch schon Beispiele in anderen Städten, wo das auch schon so war. Also das hätte man, das hätte nicht so laufen müssen. Hätte man das Know-how aus der Branche schon mal für sich nutzbar gemacht. Und hätte man die Leute, die da unterwegs sind, hoch angesehene Unternehmen, das sind ja nicht alles Heuschrecken und Haie, deswegen habe ich sie am Anfang genannt, sondern da sind einfach top ausgebildete Leute, die kann man ja befragen. Und wenn man zu so Netzwerkabenden geht und die mit unterstützt, die kommen auch dahin. Wir hatten bei den Netzwerkabenden all diese Unternehmen auch hier, hier in der Stadt. Ist das dann eine verfehlte Kommunikationspolitik an der Stelle auch? Also ich finde, dass Sören Linken Bürgermeister ist, der sich als erster von denen, die ich jetzt hier selber erlebt habe, viel öffnet mit Investoren. Der macht ja seine Investorentour, die ist total geliebt in der Szene. Das finden die super, dass man mit dem Bürgermeister im Bus sitzt und der zeigt einem völlig anplagt seine Stadt. Der nimmt keinen Blatt vor den Mund und sagt, hier könnt ihr, wenn ihr daran glaubt, das sind so Möglichkeiten hier zu investieren mit Stadtentwicklung und Immobilien. Der macht das ganz, ganz toll. Der ist schon viel offener. Die Bürgermeister vorher haben eher nach innen gewirkt als nach außen. Die haben das Gefühl allen gegeben, das wird nicht gebraucht. Da ist man ja auch immer noch davon ausgegangen, dass auch in 100 Jahren noch Stahl gebraucht wird in riesigem Ausmaß. Und jetzt merkt man ja auch hier so langsam, dass die alte Industrie irgendwie dann doch so ein bisschen ausgedient hat und nicht mehr als der Job- und Arbeitsgarant dasteht, wie man es ja noch vor etlichen Jahren gedacht hat. Also streng genommen sind wir doch eigentlich in einer Situation, wo es dringend angeraten ist, komplett umzudenken. Also disruptiv nennt man das ja auf Neudeutsch. Und ich vermisse an manchen Stellen tatsächlich da dieses Denken in eine neue Richtung, in eine neue Form. Also es bräuchte eigentlich ein völlig neues Storytelling. Und ich glaube nicht, dass das von innen heraus entwickelt werden kann, weil es gibt ganz viele Qualitäten, die lustigerweise wieder die Leute von außen viel mehr sehen als die Leute, die hier leben. Der berühmte blinde Fleck. Der berühmte, nee, der, wenn man mal sieht, wir haben jetzt gerade, also wenn man mal zum Beispiel sieht, Mülheim besteht zu über 50 Prozent aus Grünen und Forst- und Freiflächen. Wenn man sieht, wie viel Lebensqualität, wie viel Sportmöglichkeiten es gibt, die Region vermarktet sich einfach grottenschlecht. Das ist ein Riesenthema schon immer gewesen und es kommt überhaupt nichts von vorne. Also in der Börsensprache sagt man, es fehlt die Fantasie. Die Fantasie, wer soll kommen von außen? Und es gibt so einige handelnde Akteure, der Rasmus Beck, der Wirtschaftsförderer, Metropologur, der ist ein bisschen allein auf weiter Flur, der macht da ganz viel und im Social-Media-Bereich und sagt, es ist ein spannender Immobilienmarkt, wir haben Gründerspirit und so. Aber der hat viel zu wenig Leute, die das mit orchestrieren. Da finde ich, gibt es zu wenig Markenbotschafter. Und dann ja auch noch Gegner, so gesehen. Und dann ja auch noch Gegner. Also wir haben hier unheimliche Kräfte, die einfach nur beharren wollen. Das ist so negativ. Genau. Das ist total negativ. Die sich nicht entwickeln wollen, die nicht nach vorne gehen wollen. Ja, aber siehst du denn für unsere Region trotzdem einen Hoffnungsschimmer? Also ich sehe ganz viel Hoffnungsschimmer und zwar sind das die jungen Menschen. Das ist gut. Und das sind viele junge Menschen. Und da habe ich mit verschiedenen Akteuren zu tun, die da schon relativ neidisch aus der Rheinschiene nach oben in die Ruhrschiene gucken und sagen, die vielen jungen Menschen, die habt ihr. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass die gut ausgebildet werden und dass sie dann auch bleiben und nicht weggehen. Ja, und den Gründerspirit. Alexander Hüsing hatten wir ja auch schon hier. Der hat ja auch gesagt, also es passiert was. Man muss es jetzt halt nur wirklich diese zarten Pflänzchen, wie du immer sagtest, die müssen natürlich auch gegossen werden. Die müssen unterfüttert werden und die muss man auch pflegen, sonst gehen sie halt weg. Und warum dann nicht lieber nach Köln oder Frankfurt oder Berlin, wenn man hier nicht geliebt wird vor Ort? Ja, das einmal ist das nicht geliebt werden und das andere ist, dass diese Kultur, über das Gute laut sprechen, die fehlt ja leider auch. Dass man das dann gleich für arrogant hält oder schnöselig, wenn man einfach die tollen Sachen, die man macht, auch toll nach außen stellt. Da haben die unglaublich Probleme mit. Ich habe ja immer international, ich habe national gearbeitet, ich war auch eine Weile in Dubai und so. Aber hier tut man sich tierisch schwer damit zu sagen, ich brauche jemanden für Marketing, ich brauche jemanden für Pressearbeit. Ich muss das institutionalisieren, dass die Journalisten mich auf dem Schirm haben. Da wird geknausert an den falschen Stellen und dann ist man beleidigt, dass man in der Medienlandschaft nicht stattfindet. Und da muss ich sagen, da habe ich dann auch kein Mitleid mehr. Da muss ich sagen, selbst schuld. Das ist ein tolles... Ah nee, das ist gar kein tolles Schlusswort, das ist gescheuert. So, dann formulieren wir jetzt noch ein positives Schlusswort. Ich wollte ja auch sagen, das ist nicht das Schlusswort, was ich mir erhofft habe von dir. Wir haben mit Nudeln angefangen. Wir haben mit Nudeln angefangen. Dann hören wir mit Nudeln auf. Essen wir heute Nachmittag Nudeln zusammen? Gute Frage, auf jeden Fall, hier in Duisburg. Ja, dann gucken wir mal, wo ein Nudelhaus ist. Ich bin sehr gespannt. Okay, das war der Ruhr-Podcast Nummer 27. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich bei unserem Gast Miriam Beul, heute extra aus Düsseldorf angereist. Morgens schon in Dubai und übermorgen wieder in Paris, oder? Nee, ich glaube erst mal nur in Düsseldorf. Erst mal genug gereist. Okay, super. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ich sage Tschüss. Ja, ich danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ruhr-Podcast.